So, herzlich willkommen zur 41. Folge. Ja, mit dem Training hat irgendwie doch nicht so geklappt. Das Problem ist halt, dass die anderen Pokémon in der Höhle halt alle gerade mal Level 40 sind. Das heißt, wir kriegen halt kaum EP. Da kannst du machen, was du willst. Ich hab jetzt hier ein paar Pokémon drin, also mit hier mit, ne, hab mit Labadus gegen ein paar Pokémon gekämpft, mit Arctos, ne, Arctos, den, glaube ich, sogar um zwei Level hoch, aber Labadus geht gerade um ein einziges Level hoch. Ja, und Zapdos ging zum Beispiel gar nicht hoch. Äh, da müssen wir ja gegen 10 Millionen Pokémon kämpfen, damit die da auf Level 70 kommen. Wie haben wir sich denn das vorgestellt, ey? Tja, das heißt, wir decken uns einfach mit Items ein und versuchen natürlich einfach mal so durch die Liga zu kommen. Äh, das ist natürlich unser allererster Zug, das Metro noch umzusetzen. So. Da gucken wir mal, was wir hier für Items alle haben. Wir können das mal direkt ein paar Sachen verkaufen. Wo ist, gibt's hier einen Markt? Gab's doch einen Markt. Ach, da oben. So. Kann ich dir böse sein? Nein. Äh, Verk... Ach, Alter. Verkaufen. Und zwar Carbon. Ach. Ach. So. Äh. So. Superball brauchen wir auch nicht mehr. Habe ich echt viel zu viele gekauft. Holy shit, Alter. KP Plus. War KP Plus das Gute? Oder war Top... Gab's doch irgendwie so Top Plus oder KP Top oder sowas? Weil eigentlich, weil ich weiß, sind die Sachen, die immer alles komplett machen, sind die Sachen so viel Top im Namen mit drin ist. Also, Top-Ether oder Top-Heiler oder Top-Beleber oder sowas halt, ne? Das sind die Sachen, die wir brauchen. Und jetzt weiß ich aber nicht, ob KP Plus, ob es das allzu viel bringt. Ich mach das mal alles weg hier. So, die ganzen VNs. Ach, hab ich sogar noch dabei. LOL. Ähm... Beleber kann auch weg. Machen wir auch Top-Beleber. Hyper-Heiler... Hyper-Heiler ist, glaube ich, das einzige ohne Top im Namen, was auch gut ist, weil das alle Statusveränderungen quasi... zurücknimmt. Megablog kenne ich gar nicht. Habe ich noch nie benutzt. Wie viel Platz ist eigentlich so auf unserem PC? Kann ich da noch die ganzen TMs ablegen? Ich hab jetzt keinen Bock, die ganzen TMs hier die ganzen TMs rumzuschiffen, hier. PC von Ash... äh... Ablegen... Naja, lange habe ich jetzt noch schockt. Ach, leck mich doch, Alter. Ach... Heute müsste ich nicht mal so eine Liste machen, welche TMs wir alles haben und was wir bringen, wie gut sie sind und sowas. Weil wie gesagt, wir haben ja noch Atmos, Habtus und Labradors. Denen wir ja auch bestimmte Attacken beibringen können, aber dazu brauche ich erstmal die Übersicht, was da sinnvoll wäre. Also, äh, was wir haben und was hiermit bestimmt für die sinnvoll wäre von dem, was wir haben. Weil hier ist ja überall nur TM27, TM5 und jetzt jedes Mal überall raufzuklicken und zu gucken, wie das Ding heißt... Nein, nicht verkaufen. Äh, nicht abliegen. Das dauert halt ewig. Das finde ich ein bisschen total scheiße gemacht. Ah, komm. Wir haben jetzt ein paar Sachen verkauft, das heißt, wir sollten uns ein paar Sachen auch kaufen können, vom Platz her. Ähm, Hyperball, Superball, Top-Genesung, Top-Trank, Hyperheiler, Leber, Top-Schutz. Hä, Top-Leber gibt's hier gar nicht. Wir gehen mal zurück hier. Mal, wäntchen mal. Dann gehen wir mal doch in den großen Markt. Ist ganz noch Top-Leber, oder? Ja. Äh, Taubsi fliegen. Äh, wohin? Da. So, was gab's das direkt hier unten? Hm, nee, hier war nur der Empfang, ne? Ja genau, hier war nur der Empfang. Äh, Unterlust für Trainer, Videospiele, Geschenkartikel, Drogerie. Ach, guck, ich leck mich am Arsch. Ist überhaupt nicht viel frech. Nein, ich wollte nur hoch, nicht wieder runter. So, gucken wir mal, was die hier haben. Kaufen. Äh, der hat nur TMs. Kaufen. Superball, Superfeuer, Eis, Parra. Aber wir könnten ein paar Aufwecker kaufen. Mach ich vielleicht zum Schluss. Weil, äh, diese Para, äh, ne, diese Top-Heiler, die machen glaube auch sowas wie, wie wir schlafen und sowas. Also, die machen wirklich alles. Also, die machen wirklich alles. Habe ich noch nur Tieren bekommen? Die haben mich verarschen. Alter. Ich will sinnvolle Sachen kaufen und nicht irgendwelche Scheiße, äh, Geschenk bekommen. Was haben wir jetzt denn los? Oh. Pocke, Pocke, Puppe, Feuer, okay. Der verkauft so ein Steine. Ihr wisst genau, welche Steine ich meine. Gibt es hier noch einen richtigen, gar, richtigen Mark? Äh, KfI Plus, Protein-Eisen, ne, das sind alles noch Zusatzstoffe. Vitamin C und so'n Scheiß. Megablock, Angriff, genau. Hinter der ganzen guten Dach, okay, auch nicht. Ey, was ist das hier für ein Drecksladen? Ja, das war das Dach. Weit drauf gehts also nicht. Willst mich verarschen? Kann ich hier vom Dach wegfliegen? Klar, vom Dach kann ich natürlich nicht wegfliegen. Gibt es noch einen normalen Markt? Irgendwie? Hier ist Pokémon-Center. Was ist denn hier oben? Ich habe den Markt, der da noch nicht sondiert? Höhöhöhö. Ach komm, Pokémon. Taubsee, fliegen. Dann machen wir es halt manuell. Fliegen wir zu der Insel? Nein, nicht Pokémon Center, ich wollte zum Markt. So, kaufen. Ich glaube, Topfschutz-Leber. Topfschutz-Leber. Gibt es ja keine Topfschutz-Leber? Das ist ja sowas wie Topfschutz-Leber. Oder kann man das nur finden? Wait a second. Haben wir Topfschutz-Leber zufällig bei uns auf dem PC? Äh, aufnehmen. Alles, was top im Name ist, nehmen wir direkt mal mit, weil das brauchen wir so oder so. Top Genesung, was auch das nochmal ist. Nein. Okay. Doch, jetzt gibt es doch Topf-Leber. Aber warum kriegen wir das denn nirgendwo? Hm. Ist ja wohl die... Ist das die Möglichkeit? Warum gibt es sowas wie Topf-Leber hier nicht? Vor allem nicht von den Topf-Vieren. Der ist doch wirklich... Nein, nicht vorbei. Top Genesung, Topf-Trank... Vor allem warum gibt es ja keine Informationen dazu. Was ist Top Genesung? Ah, egal. Weißt du, normalerweise kann man Verkäufer fragen. Aber okay, was ist denn das hier? Aber hier kann man wirklich gar nichts machen. Top Genesung, gell. Hipperheiler... Wir kochen einfach alles Tee mal und dann gucken wir mal ganz kurz. Ja. Wir kochen einfach alles Tee mal und dann gucken wir mal ganz kurz. Ja. Also ich würde noch Äther kaufen, ne? Und was hat kein Top-Belieber gibt, dann brauchen wir einen Normalen-Belieber. So, Schutz brauchen wir nicht. Hätten wir höchstens Erhöhung gebraucht, aber ganz ehrlich, dazu gibt es auch das Flüchten. Nein. Ach, kommt ihr weg, hier weg. Halt, stopp. Aus, Ende. So, jetzt gehen wir nochmal zum Markt. Der eine hatte da ja Äther. Und Äther werden wir auf jeden Fall brauchen, weil APs ist unser schönster Feind. Äh, Pokémon? Nein. Ach Gott. Topsy. Liegen. Ah, schon fast richtig, da. So, an welcher Etage war das jetzt? Das war alles direkt hier. Ja, genau. Aufwecker nehmen wir. Erstmal, ich guck erstmal wegen Äther. Ne, der war das hier gar nicht. Mit dem, der hat die Tee M's, ne? Ja genau, der hat die Tee M's. Gott, Alter, das hab ich wieder jetzt. Ich hab's gar nichts. Alter, was machen die eigentlich die ganze Zeit hier? Ich will sterben. So. Okay, hier war das. Abwehr. Spezial. Angriff. Megablock. X-Treffer. X-Angriff. Oder auch nicht. Oh Gott, diese Läge. Ah, ich hab gleich eine Macke. Hatte wir nicht Äther gefunden gehabt? Und hier ist schon das Dach. Schnauze jetzt hier. Runter mit dir. Äh, okay. Äh, halt, stopp. Ich nehm die Farbe. Das ist jetzt grad ein bisschen zu blöd. Du brauchst hier eben schon drei Jahre. Pokémon, Topsy, Fliegen. Jetzt kriegen wir also nicht mal mehr Äther. Sehr schön. Das heißt, wir kriegen keine Items, die wir brauchen. Oder hatte der das hier mit dem Äther? Nee, hatte er nicht. Ich hatte doch irgendwo gerade Äther gesehen gehabt. Da hat sie doch noch gesagt, dass wir uns jetzt noch im Kopf behalten. Oder war das mit irgendeinem Markt? Pokémon. Auf See. Fliegen. Ich krieg ne Krise. War das bei dem Typen hier oder was? Ich bin auch noch belieber. Ich krieg ne Krise. Aus. Alter. Wo kriegen wir jetzt Äther her? Es wird doch wohl irgendwo Äther geben, oder? Haben wir vielleicht schon ein bisschen davon? Top Äther haben wir zweimal gerade mal. Naja. Das reicht definitiv nicht aus. Fuck, Alter. Was ist das für ein Scheiß? Taubsee Fliegen. Jetzt helfen wir gerade so ein bisschen an ihm spüren. Ah gut, gehen wir hier halt nochmal rein. Die hat es nur für Auskunft gegeben, dass der Land scheiße ist. Das war falsch. Das war auch falsch. Das war auch falsch. Was soll denn das für ein Scheiß? Ach. Weg 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 weg. Na gut. Ich krieg gerade die Krise. es ist kein top beleber es gibt kein e-tag auch kein top äther wird sich verarschen alles was irgendwann wichtig sein könnte gibt es natürlich nicht aber auch irgendwelche hoch ja das scheiße doch kommt wenn ich treffe schon wieder weg und das kotzen so schaffen das wird ein spaß wir machen älter dann bis zur nächsten folge